hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einer weiteren führerstandsmitfahrt heute in einer doppeltraktion von cap train in der 185 einen container zug fahren wir heute einen 483 meter langen container zug von bad oeynhausen über minden güterbahnhof wo wir eine kleine pause einlegen werden und daraus wird es dann weitergehen ist richtung hannover viel spaß mit der mitfahrt ich zeige euch noch mal kurz den zug voll beladener container zug viel spaß ist gleich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020